Hi liebe Männer, ihr kennt uns von den Wiedernester Männertagen, von Männerwochen oder der Victorious Fight Night. Mein Name ist Matthias Burhenne. Ich bin der Cedric. Hey und ich bin der Piet. Und ich möchte euch die Tank-und-Talk-Stelle vorstellen. Das ist ein cooles neues Projekt in 2022, drei Abende, die wir mit euch verbringen wollen. Mit coolen biblischen Inputs, ein gutes Essen genießen, Männergemeinschaft. Die Tank-und-Talk-Stelle soll für alle Generationen und Arten von Männern sein. Ob du jetzt gerne biblische Themen mehr intensivieren möchtest oder auch sagst, boah, ich bin lieber draußen in der Natur und möchte da Gott erleben. Oder du sagst, boah, ich möchte mit anderen Männern gemeinsam Gott anbeten im Lobpreis. Dann bist du herzlich eingeladen in die Tank-und-Talk-Stelle. Ich freue mich mega auf diesen Abend. Wir werden gemeinsam starten mit einem sehr, sehr leckeren Essen. Wir werden unseren hammermöglichen biblischen Input hören zu diesem Thema. Und vor allen Dingen wollen wir es dichter aber überlassen. Sondern wir wollen danach in verschiedenen Settings die Themen nochmal aufgreifen, wollen es persönlich werden lassen. Und das in kleinen Gruppen zwischen sechs und zehn Männern. Und ich möchte mit euch in ein spezielles Thema reingehen, nämlich Gottes Stimme hören, mit Gott Entscheidungen treffen. Wie hören wir Gottes Stimme? Wie entscheiden wir? Was ist meine und was ist seine Stimme? Hey, wir freuen uns mega. Am 25.03. ist der erste Abend. Merk dir den Termin. Notier den auf alle Fälle. Und wenn du Fragen hast, Thema Anmeldung etc., schau auf forumviedenest.de vorbei. Sei dabei, ich freue mich auf dich. Meld dich an. Bis dann. Wiederschauen. Reingehauen.